Musik 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 Heyo Leute, nachdem ich jetzt geschlagene 26 Minuten Glockengedöngel vorm scheiß Fenster hatte, kann ich endlich die Aufnahme starten und zwar ein neuer Flashback dieses Mal zu Rapid Racer für die Playstation 1 Wir spielen auf Deutsch Wir spielen auf jetzt Optionen Spieler Wettkampf Schwierigkeitsgrad Mittel Und ich muss eins noch dazu sagen Ich habe das letzte Mal gespielt, da war ich 6 oder 7 Jahre Das ist jetzt also Fuck Mindestens auf 15, 16, 17, 18 Jahre ist es her Also so 18 Jahre dürfte es her sein Wahnsinn Ja ist okay Manövrieren Beschleunigen Geschwindigkeit, wir nehmen den Und wir fahren Und wir fahren Golden Sands, Miami Ich hoffe mit Kreuz gibt man Gas, ansonsten würde ich nicht wissen wie Ja Yeah Fuck Alter Zum Glück ist die Steuerung gar nicht gar nicht schwammig Okay Okay Ich wollte Turbo machen, das geht aber nicht Offenbar ist der nicht aufgeladen oder was Ja komm lass mal vorbei jetzt du Ich weiß übrigens nicht, weil ich jetzt gerade nicht vom Fernseher weg gucken kann Ob ihr unten in der Aufnahme auch dieses Dieses Abgehackte Stück vom Bild habt Wo das wie so ein Wasserfall so nach unten fällt Ich weiß nicht wie man das nennt Ich habe das auf jeden Fall auf dem Bildschirm Kann sein, dass es in der Aufnahme drin ist Und die Glocken döngeln schon wieder, das ist ja Herz aller Liebsten Hey und ich bin nur 14 Boah Jawoll Zieht er mich ab Der cheatet ja voll Turbo Aber voll verschissen Aber ich kriege ihn trotzdem und schön auf die Wand dann hat er mich Wieder zurück Perfekt Ungelogen diese Steuerung Nein Ich wollte doch den komischen Turbochip So auf wie ich irgendwo dagegen knalle oder dran rumschramme Hätte ich lieber was mit Beschleunigung nehmen sollen Dass ich danach schnell wieder Vollspeed habe Nein Oh Alter Ah Jetzt Jetzt geht es aber rund hier Das witzige ist Ich hatte die Grafik von damals noch so scheiße in Erinnerung Und natürlich ist es jetzt Wenn man es mit heute vergleicht lächerlich Aber Ey so gesehen sieht es echt noch ganz gut aus Das ist auch so die Effekte Dass man so wirklich so von den Von den Wellen abprallt Und so weiter Turbo Nein Oh fuck Fuck Ey Dieser Dreher mit der Kamera Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Das geht mir noch die Zeit aus Es geht mir noch die Zeit aus Alter Verwalter Mich würde mal interessieren Habe ich jetzt nicht drauf geachtet ob die anderen Boote auch mit Turbo fahren Alter diese Steuerung Ja Hurry up Ihr seid gut Ja hurry up Das schaffe ich nie im Leben Das schaffe ich nie im Leben Alter Schwede ey Okay Da haben sie mich direkt ein bisschen nass gemacht Ey die Steuerung darauf komme ich nicht klar Zeitlimit vorbei Ja ist gut Warte mal zurück Zurück Wir machen mal einfach Mal gucken ob ich da überhaupt ins Ziel komme Wir nehmen Nochmal den Weil ich mit dem jetzt schon voll erfahren bin Hallo Ich habe doch Kreuz gedrückt Ich habe schon wieder Ja jetzt Und fahren Na komm Für die Abwechslung fahren wir Wild Water Canyon Ach du scheiße Guck euch die Strecke an Ich möchte wieder umdrehen Nicht mehr fahren Nein Bitte Ja das ist eher nach meinem Geschmack Schön alle abziehen am Start und Nicht gegen die Wand Ja Nein Nein Oh kacke Ich habe so ein rotes Ding eingesammelt Aber ich weiß nicht was es bedeutet Oh Junge Wenn du dich da einmal drehst Kannst es vergessen Turbo das war eine scheiß Idee Ich bin über das rote Ding glaube ich drüber gehüpft oder Alter das Ding hüpft hin und her Da kannst du es vergessen mal eine Sekunde geradeaus zu fahren Also wirklich stark geradeaus Ich sehe nichts Ich sehe nichts Ich sehe nichts Ich sehe nichts Also ich sehe schon was Aber ich kriege nichts hin Alter dieses dieses Gehüpfe ey Da wirst du ja Wirst du ja schiffkrank Yeah Oh so ist es angenehm So möchte ich bitte die ganze Zeit fahren Das kriege ich hin Oder auch nicht Fail Wie lange fahren wir noch im Kreis Nein nicht schon wieder drehen Oh oh Ich habe ein rotes Ich habe ein rotes Was heißt das jetzt Soll ich mein Dreieck drücken Ne ich trau mich nicht Ich bin nämlich gerade fünfter Fuck Okay ich habe das rote wieder gelöscht Das heißt ich kann mein Turbo jetzt wieder nochmal benutzen Oh oh Bin ich da vorhin nicht auch schon drangeknallt an diese Scheißwand Wie habe ich das als Kind geschafft ey Ja 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 Fahr mich doch in die Wand rein ey Disqualifikation und so Turbo Turbo Da bin ich wieder Ficker Tschüss Turbo Oh nein nicht die Wand Nicht das rote Turbo Oh oh nicht so weit Ah du hast eine rotes eingesammelt du Schwanz Ich bin erster Ich bin erster Ich bin erster Ihr könnt euch nicht vorstellen Ich hätte echt die Facecam angeschaltet wenn ich das gewusst hätte Aber wie ich hier verkrampft vorm Fernseher hänge Den Controller fassen zwei Stücke zerdrücke Das reizt sich Das reizt sich Und äh Versuche hier erster zu werden um meine Reputation zu wahren Das Schöne ist ja vor allem dass ich da Fleisch spielen Das hätte ich eigentlich schon als raus Ah Nein Quatsch Oh nein Nicht drehen Nicht drehen Gas Turbo Oh Nicht da dran Nicht an die Wall Nein links Wir brauchen mehr Falsche Richtung Fuck Oh nein da kommt einer von hinten Der zwar schießt halt Ok Ähm Nein nicht wieder die Wand Aaaaaaah Ich will ins Ziel kommen Ich möchte erster werden Oh oh Ja ja nein nein Ja nein nein Huh Ja Turbo Oh fuck Oh Junge Ich sollte vielleicht ein Disclaimer vor das Video machen Wenn ihr während dieses Video kotzen müsst Äh Bin ich nicht dran schuld Junge Fahr doch einmal in die richtige Richtung Du scheiß Karn Ey Boah da kriege ich echt Herzversagen Sowohl bei dem Spiel als auch bei meinem Fahrstil Ich wette sogar man kann es irgendwann wenn man es nur lang genug zockt Äh Wieder auf die Reihe kriegen Und sich wieder rein friemeln und es dann auch äh gut spielen und so weiter und so fort Aber ich glaube das wäre es mir echt nicht wert Na komm Ich schaff's nicht doch ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's ich schaff's Wuuuuuuuuuuuuuuu Easy ey Ganz ganz Easy Ich bin geschwitzt ey komplett durch Okay Okay was hab ich jetzt freigeschaltet Bear Lake Kanada Nee danke ich bin Für heute reicht's mir Ja das war der 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 Flashback zu ich hab schon wieder ein Rapid Racer da steht's dankeschön Ähm Ja Mehr möchte ich dazu nicht sagen Ich danke euch fürs zuschauen Hoffe ihr hattet Spaß und wünsche euch noch einen schönen Tag bis demnächst Tschüss Glockenze